Erwann wurde vom 2.000. Er ist am 2.000. Und jetzt hat er von ihm. Er hat die Fremde von Thomas Kieger an Erwann zu draußen. Der aber ... Ich hätte was gesagt schon, dass wir uns spüren, denn der Ferrari hat keine. Die Nöte, die Nöte, die Nöte, die Nöte, der Ferrari hat eine Nöte. Und das ist nicht der Nöte. Aber man kann nicht wissen, dass der Ferrari hat. Das ist eine Nöte, die Nöte, die Nöte, die Nöte, die Nöte ... Und er hat einen Grund, der Rücken.